Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 51 Cent, 3% gestiegen. Der ganze Markt ist auch wieder vorwiegend im roten Bereich. XRP aber wie gesagt dann doch nach oben hin ausgebrochen. Finde ich auf jeden Fall gut. Ist da Top 3 bzw. Top 4 Coins der Gewinner. Andere Coins, wie gesagt, eher wieder ein bisschen ein Minus. Bitcoin chillt bei 67.300, also hat sich gar nicht verändert die letzten 24 Stunden. Also alles in allem sehr ausgeglichen. Und wir schauen einmal rein, denn wir haben eine weitere große Ankündigung von Brad Garlinghouse, dem CEO von Ripple. Und mittlerweile ist das ja wirklich Schlag auf Schlag. Jeden Tag gibt es irgendwelche neuen Zitate und neue interessante Fakten. Und heute geht es darum, dass Brad Garlinghouse gesagt hat, dass sie insgesamt mit 10 Regierungen an CBDCs arbeiten. Und das ist wirklich ein ordentliches Stück. Bis jetzt wussten wir von Palau und vielleicht Georgien. Brasilien fällt mir auch noch ein. Das sind so ein paar realistische Einschätzungen meinerseits. Also gerade Palau ist ja mehr als bestätigt. Aber alles andere ist ja so ein bisschen eher im Nebel, würde ich sagen. Ich denke, dass da Asien generell auch mit eine Rolle spielen wird. Also vielleicht so Japan, dass man da vielleicht irgendwie eine CBDC entwickeln möchte oder aktuell schon tut. Das könnte definitiv der Fall sein. Ist auch eigentlich egal, welche Länder es sind. Am Ende sind es 10 Regierungen und ich denke, das sind mindestens 10 Regierungen, die bereits aktiv nach einer CBDC, also Central Bank Digital Currency suchen, beziehungsweise diese gerade aktiv selbst entwickeln wollen. Und wo ein Transfer ist, da braucht man entsprechend auch einen Ledger. Und in dem Fall wird es wahrscheinlich der XRP Ledger sein, der für all diese CBDCs relevant werden wird. Dazu hat Palau ja in der Vergangenheit auch schon bereits ein Dokument veröffentlicht, dass sie logischerweise den XRP Ledger verwenden werden. Und der Stablecoin ist darauf ja auch schon bereits gelauncht gewesen. Die Tests wurden durchgeführt. Das heißt, das Pilotprojekt hat man da auch schon durchführen können. Und ja, ich glaube einfach, das ist ein sehr, sehr bullisches Statement. Man darf nicht vergessen, Ripple hat sehr viele NDAs, also Non-Disclosure Agreements, Verschwiegenheitserklärungen, die im Endeffekt dazu dienen, die Firmengeheimnisse zu schützen, sowohl von Ripple als auch von den Zentralbanken. Und ich glaube, das werden 10 sehr interessante Länder sein, mit denen Ripple hier zusammenarbeitet. Und wenn ihr ein paar Ideen habt, ein paar Guasses quasi, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, was da so eure Top-Picks sind. Wie gesagt, ich glaube, Palau, Brasilien, Georgien, das ist eigentlich schon safe. Aber alles andere steht dann ja noch in den Sternen. Schreibt mir da gerne mal eure Ideen unten rein. Wo ich aber ganz klar von ausgehe, ist, dass es sich dabei um andere Währungen als den Dollar handelt. Denn aktuell baut Ripple ja den eigenen Stablecoin, und zwar den Real US-Dollar oder Ripple US-Dollar, je nachdem, was man besser findet. Und der wird logischerweise ein US-Dollar-Imitat sein, das auf dem XRP-Ledger läuft. Und ich glaube nicht, dass sie dann mit der amerikanischen Zentralbank zusammenarbeiten werden, also mit der Federal Reserve, um entsprechend einen eigenen anderen Stablecoin noch durchzuführen. Also einen anderen US-Dollar Stablecoin auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Also ich gehe schon stark davon aus, dass diese CBDCs, die da jetzt entwickelt werden, wahrscheinlich entweder wirklich ganz kleine nationale Währungen sind, wie zum Beispiel der Palau-Dollar quasi. Oder man hat irgendwelche anderen Länder, wie zum Beispiel aus der EU. Frankreich war ja auch schon mal ein Thema, aber sie würden ja entsprechend dann einen digitalen Euro entwerfen, der dann da verwendet werden könnte. Ich glaube, die Bandbreite und das Potenzial ist da sehr, sehr groß. Aber wir werden sehen, was am Ende dann wirklich davon passiert und was vielleicht auch nicht. Parallel dazu hat Ripple bereits ein Dokument veröffentlicht, in dem es um die sogenannten Objectives geht, also die Ziele, die sie mit der CBDC haben. Und die Leute, die jetzt schon länger hier auf dem Kanal dabei sind, die werden wissen, welche Ziele CBDCs haben. Nämlich die Effizienz zu verbessern, schneller zu sein, kostengünstiger zu sein und auch finanzielle Inklusion, also quasi ein gutes Miteinander zu bieten. Dass alle Leute mit eingebunden werden können, die wollen. Und das Ganze kann man dann hier schön an dieser Tabelle sehen, in der es darum geht, in welchen Regionen das Ganze bereits auch schon interessant ist. Also hier oben wird einmal erwähnt, die Nationalbank von Georgien ist bereits seit 2023 offiziell mit Ripple im Austausch zum Thema CBDC-Plattform. Und hier unten geht es dann spezifischer um die MENA-Region. MENA-Region, das ist der mittlere Osten und auch Nordafrika, also Middle East and North Africa. Und hier sehen wir dann die vier Kategorien, in welchen Bereich das Ganze dann reinfällt. Sowohl einmal Cross-Border-Payments, also grenzübergreifende Zahlungen. Dann haben wir hier nochmal nationale Zahlungen. Und dann haben wir hier nochmal den Zugang zu diesen Zahlungsmöglichkeiten. Also sowohl die technische Komponente, dass die technische Hürde runtergesetzt wird quasi, als auch, dass das Ganze erreichbarer ist. Dass sich theoretisch jeder ein Konto erstellen kann. Gerade mit Kryptowährungen ist das ja so einfach wie noch nie. Also wenn ihr euch heute eine Ethereum-Wallet erstellen wollt quasi, dann nennt man sich einfach Metamask runter oder irgendeine andere Software halt. Und innerhalb von, ich würde sagen, 5 Minuten bis 10 Minuten kann man dann halt ein Konto erstellt haben. Was man mit Sicherheit bei Banken nicht so schnell machen kann. Da ja auch viele in den Kommentaren immer fordern, dass Brad Gardinghouse sich auch einmal zum aktuellen XRP-Preis äußert. Beziehungsweise dazu, wie XRP in Zukunft wachsen soll. Warum es vielleicht noch nicht so gewachsen ist, obwohl permanent sehr viele positive News rauskommen. Und ja, wir haben hier von Brad Gardinghouse einmal ein Statement, dass er es auch eben sehr seltsam findet, dass der Markt XRP noch nicht so belohnt hat, wie XRP es aus seiner Sicht verdient hätte. Aber in den meisten Fällen ist es halt eben eine Frage der Zeit. Und genauso sehe ich das hier eben auch. Also aktuell ist XRP wirklich deutlich unterbewertet für diese ganze Traction, wie man das immer so schön nennt. Also für all das, was da gerade wartet, was da gerade passiert auf dem XRP-Ledger, ist der Preis natürlich deutlich unterbewertet. Und deswegen ist XRP ja aus meiner Sicht auch so ein guter Bett quasi. Das Ganze ist natürlich hier keine Finanzberatung, ihr wisst Bescheid. Das ist nur meine Meinung. Ich habe selbst gar keinen Plan von den ganzen Sachen hier. Aber es geht ja immer um das Risiko-Nutzen-Verhältnis. Also Risiko-Chance-Verhältnis quasi. Und das sehe ich bei XRP eben sehr, sehr groß. Von daher bin ich entsprechend auch ein XRP-Fan. Ist ja kein Geheimnis, glaube ich. Aber ja, ich glaube einfach, dass das in Zukunft sich deutlich positiver ausspielen wird. Denn auch Dieklin schreibt hier nochmal, dass es aktuell wahrscheinlich an der Klage liegt, dass da einfach sehr viele Institutionen an der Seite warten, dass viele Leute einfach Angst haben, nicht wissen, was da passiert. Und wenn das Thema wirklich endlich durch ist, irgendwann hoffentlich dieses Jahr, beziehungsweise vielleicht sogar schon am 20. jetzt, wegen dem längsten Tag des Jahres. Also könnte auf jeden Fall sein. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe es natürlich. Aber wir werden sehen, wie sich das Ganze weiter verhält. Was wir aber gestern schon sehen konnten, ist auf jeden Fall ein kleiner Ausbruch. Das Ganze hat jetzt hier ein paar Tage gedauert. Also ungefähr seit dem 7. beziehungsweise 8. waren wir hier in einem gewissen Downtrend. Aber diese Downtrends werden meistens nach oben hin durchbrochen, um dann einen größeren Anstieg hier verzeichnen zu können. Und genau das konnte man eben hier auch sehen. Das heißt, da sind wir kurzzeitig auf die 52 Cent ungefähr hochgegangen. Das sind zwar jetzt alles keine 100% Anstiege und so weiter, aber an einem Tag dann 4-5% Rendite zu erwirtschaften. Das kriegt man so in anderen Märkten definitiv nicht hin. Und apropos hinbekommen, ich habe hier noch eine schöne Liste gefunden und zwar mit den verschiedenen Ländern. Aktuell um die 77 Länder, die hier in der Form bereits mit Trangelo, also einem großen Ripple-Partner, bereits verbunden sind. Und die Liste blende ich hier kurz ein. Wie gesagt, das sind über 77 Länder, also das kann man jetzt nicht alles im Detail einmal durchgehen. Aber man kann schon sehen, wo die Reise dahin geht, was die Transaktionslimits jeweils sind und so weiter. Also aktuell verbinden sie wirklich gefühlt die ganze Welt. Und das finde ich schon echt sehr beachtlich, was sie hier erreicht haben. Klar, einige Länder sind dann immer in solchen verbunden. Wenn man gerade zum Beispiel den Euro, den digitalen Euro irgendwie in Zukunft anbieten kann, da kann man halt gefühlt die ganze EU quasi damit anbinden. Ist ja auch logisch, macht ja auch irgendwo Sinn. Auf der anderen Seite hat man aktuell noch den Standard T plus 1, also das alles innerhalb von einem Werktag ankommen muss. Und sobald Trangelo komplett umstellt auf das Ripple-Netzwerk, könnte eben auch der T plus 0 Standard angeboten werden, dass man die Überweisung wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden, wenn nicht sogar drei, vier Sekunden immer durchführt. Einfach weil der Ledger so viel Settlement-Time hat. Am Ende kommt es, glaube ich, bei den Settlements auch auf eine Sekunde oder eine Minute nicht an. Es geht nur darum, dass teilweise Banküberweisungen heutzutage noch Tage brauchen. Und das ist wirklich lächerlich. Dann geht es weiter und zwar von JP Morgan, denn sie haben hier Ripple in ihrer Präsentation mit drin. Da muss man sich fragen, warum machen die das? Also war das nicht immer alles große Konkurrenz und war JP Morgan nicht immer so, haha, Anti-Crypto, Anti-XRP und so weiter. Ja, aber haben jetzt hier Ripple und XRP komplett offen in der Präsentation mit drin. Und zwar auch hier als zentrale Stelle, beziehungsweise in einer zentralen Position. Also nicht nur irgendwie am Rand, haha, ja, es gibt auch andere Coins, sondern hier sind sie eben ganz klar erwähnt. Und die Verbindung reicht noch weiter. Denn wir haben hier die gute Miss O'Connor und die ist bei Ripple jetzt in dem Board of Ripple, beziehungsweise, ja, in dem Board von Ripple quasi. Das heißt, im Vorstand würde man wahrscheinlich im Deutschen sagen. Im Endeffekt haben sie bei Ripple wahrscheinlich verschiedenste Gremien, Beraterzirkel und so weiter. Also die genaue Struktur kennt man logischerweise nach außen nicht. Aber man muss schon ganz klar sagen, sie ist hier eben mit dabei bei Ripple und ist bei JP Morgan Chief of Regulatory Affairs. Also definitiv kein kleines Licht. Dann geht es weiter und zwar von David Schwartz, denn er hat hier ein kleines Video gepostet und da musste ich wirklich ein bisschen sehr lachen, denn das Ganze hat schon wirklich so ein bisschen Bearable Guy-Vibes. Wir sehen hier einmal das ganze Video. Ich gucke mal kurz, dass ich es abspielen kann oder zumindest durchlaufen lassen kann. Also sehr cool gemacht, denn er hat ein Video aufgenommen, beziehungsweise mehrere Videos von sich selbst, hat diese Videos aber wegen der gleichen Kamerafahrten perfekt zusammenschneiden können, um entsprechend sich selbst da irgendwie fünf, sechs Mal im Bild zu haben. Auf jeden Fall mega lustig und ich meine, dafür hat der gute Mann auf jeden Fall Zeit. Also wird es ihm ja so schlecht wohl nicht gehen. Und hier dieser kleine Kollege hier, der hinten raus guckt, so hallo, der hat ein paar Bearable Guy-Vibes aus meiner Sicht. Also boom und hier haben wir den Crystal Moon. Die Verbindung könnte da entsprechend vorliegen. Ist eine Idee. Vielleicht ist es auch nur ein Spaß, aber ich sag mal, das ist wirklich schon sehr nah dran. David Schwartz hat übrigens auch auf dem ganzen Event gesprochen. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Aber es war eben auch Zeit für Fanfragen. Und hier hat Mr. Xum einen kleinen Ausschnitt, wo David Schwartz gefragt wird, was den Wert von XRP in Zukunft vorantreiben wird. Und da antwortet Potesta natürlich schön drauf, erstmal nicht verklagt werden. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Schritt. Hatten wir auch am Anfang des Videos schon, dass Brad Garlinghouse da bereits ein paar Takte zu gesagt hat, dass er es auch nicht ganz verstehen kann, warum der Markt noch nicht entsprechend nachgezogen ist. Ist auf jeden Fall immer ein bisschen komisch, aber man darf nicht vergessen, viele Leute sind vielleicht gar nicht so tief in dem Thema drin, wie wir jetzt. Und Fakten, Informationen und ja, einfach vielleicht Verbindungen, die für uns selbstverständlich sind, wo man weiß, ey, Ripple ist gut vernetzt, Ripple hat es einfach drauf aus meiner Sicht. Ja, das haben halt eben viele Leute nicht, dieses Wissen. Und wie sollen sie dann auch entsprechend den Wert von XRP erkennen? Also so stelle ich mir das eben auch vor. War ja bei Bitcoin genauso. Damals kannte keiner Bitcoin. Die Leute, die gesagt haben, hey, das hat richtig Potenzial, die haben sich ja mit Sicherheit mit sehr viel Bitcoin eingedeckt. Aber die Leute, die das jetzt nach und nach entdecken, die müssen dieses Bewusstsein ja erstmal komplett aufbauen und verstehen, was da eigentlich hinter steckt. Sowohl bei Bitcoin als auch bei XRP beispielsweise. Dann geht es noch weiter und zwar von Coinpedia, denn sie haben einen kleinen Artikel zum Thema ETFs für Ethereum. Die Ethereum ETFs werden jetzt höchstwahrscheinlich am 2. Juli launchen, werden also dann verfügbar sein. Heute haben wir den 16.06. Das heißt, ich würde mal sagen, ungefähr zwei Wochen noch, dann wird es da ein Launch-Event geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf die Ethereum ETFs und hoffe, dass das Ganze Bullish für Ethereum wird, weil dann wird es auch Bullish für die Altcoins. Und als hätten wir noch nicht genug Riddler-Kram, haben wir hier von David Schwartz einmal ein, ich weiß nicht, Radio oder ein, ja, also frag mich nicht, was das ist, Thermostat. Über diese Marke kann man es wahrscheinlich irgendwie herausfinden, aber ich kann es auch nicht so ganz lesen. Also C, ne, C-I-N-O kann ich so herauserkennen. Und am Anfang müsste auch sowas wie ein H sein, aber Hinikino oder so. Also könnt ihr mir gerne mal schreiben, was das ist, wenn ihr da eine Idee habt und wofür dann auch diese beiden Knöpfe hier sind. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen an die Farben hier erinnert aus diesem Bär-Rätsel. Das ist jetzt auch nochmal neu aufgerollt worden. Hier die Clever Bears, also die schlauen Bären quasi. Und der eine Bär, ich glaube der blaue ist das hier, der ist ja auch auf der Ripple-Seite. Wenn man eine Seite ansteuert, die es gar nicht gibt, dann steht da quasi 404 und dann kommt da dieser Bär. Kann alles Zufall sein, aber kann vielleicht auch mehr hinterstecken. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet, hier einmal vom Maxis Club. Und zwar, wenn du Bitcoin benutzt, dann wirst du einfach ein Außenseiter der Gesellschaft sein. Und dann der Bitcoiler so, ja, top, dann machen wir das doch, ne? Ist doch super. Ja, weil die meisten Leute, die einmal im Kryptomarkt so ein bisschen die Krypto-Luft geschnuppert haben, ich glaube, die wollen da nicht mehr zurück mit Euro und ETFs und so weiter, also Aktien-ETFs. Ich glaube, das verblasst alles so ein bisschen im Vergleich zu Krypto. Also man muss ganz klar sagen, Krypto ist schon das Coolste, was es in dieser Klasse, in so Anlageklassen auf jeden Fall gibt. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch sinnvoll sein kann, Immobilien oder irgendwelche Edelmetalle und was auch immer zu besitzen. Also gar keine Frage, das ist mit Sicherheit effizient und gut. Aber ich glaube einfach, Kryptowährungen sind schon the way to go. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.